Psch, psch, was geht ab, Schildkröten-Gang? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Leute, wir müssen heute alle ganz leise sein, denn davon sind meine Freunde Orxina, Billy und Ussi. Und wir spielen heute Minecraft Mordmysterium. Das bedeutet, unter uns wird es einen Mörder geben, einen Sheriff und zwei Leute, die unschuldig sind. Und der Mörder muss probieren, jeden einzelnen in Scrubs zu töten und einfach zu töten. Und das Ganze wird durch Zufall bestimmt. Aber Leute, was meine Freunde nicht wissen, ist, dass ich mich heute einfach totstellen werde. Das bedeutet, ich werde mich einfach auf den Boden legen mit verschiedenen Positionen, sodass der Mörder und die anderen Leute denken, ich wäre schon getötet worden. Aber in Wahrheit lebe ich noch. Und dann werde ich von hinten alle besiegen. Ich würde sagen, ich schaue euch das ganze Video bis zum Ende an. Lasst euch ein Like und ein Abo dann, wie geht es so zum Freude? Let's go! Boom, alle haben geliked und abonniert. Vielen, vielen Dank. Oh, ähm, hey, Freunde, alles klar bei euch? Orxina, bist du ja schon. Ähm, hey, Orxina, mein Bububär, alles gut bei dir? Hey, ich freue mich total auf Mordmysterium. Mal schauen, wer heute der Mörder ist. Oh ja, ganz genau, Orxina. Wir müssen echt schauen, wer heute der Mörder ist. Aber ich sage euch ganz ehrlich, Leute, das ganze Video durch Zufall bestimmt, ne? Ich glaube, Billy ist es. Oh ja, das ist immer 50, 50, 50, 50. Oh ja, ganz genau, Leute. Aber ich hoffe, dass ich nicht der Mörder bin, weil ich will der Sheriff sein und euch alle abknallen. Hehehe. Oh Mann, Billy. Na gut, Leute, ich würde sagen, auf drei schauen wir alle in unseren Vintar rein, ja? Oh ja, eins, zwei, drei. Oh ja, eins, zwei, drei. Okay, Leute, mal schauen, welche Waffe ich habe. Ich bin einfach der Sheriff, Leute. Ganz leise sein. Sag niemandem, dass ich der Sheriff bin, Leute. Mhm. Okay, Leute, ich weiß schon, was ich bin. Okay, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Spiel. Mal schauen, wer der Mörder ist, ne? Ähm, oh ja, ganz genau, Leute. Ich würde sagen, ich ziehe mich erst mal ein bisschen zurück, ja, Leute. Weil ich meine, ich kann ja nicht einfach so bei euch bleiben. Aber du kannst mir doch wohl vertrauen, oder? Ähm, warte mal, Leute. Warum geht ihr jetzt alle weg? Hm, ich bleibe hier stehen. Einer von euch wird bestimmt der Mörder sein und ich werde rausfinden, wie er es ist, haha. Warte mal, Billy, bestimmt bist du doch der Mörder. Ja, ja, Leute. Wir werden auf jeden Fall den Mörder finden. So, bap, bap, bap. Einfach mal weggehen, Leute. Ich schaue, wer mich verfolgt. Und, oh, sie kommt direkt hinterher, Leute. Wir stellen uns nicht hier vorne so. Bap, bap, der darf uns ja nicht finden. Oxy, was machst du da? Warte mal, Oxy, wo bist du denn, bitteschön? Ich wollte dich doch nur finden. Okay, Leute, schnell einmal in die Richtung. Wieso möchte Oxy mich direkt finden? Wir spielen hier gerade ein Mordmisterium. Wir müssen erst mal Ausschau halten, Leute, wer der Mörder ist, um ihn dann komplett ranzukriegen. So, da, da, da. Ich muss unbedingt Oxy und Oxy finden. Hier irgendwo müssen die doch sein. La, 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 la. Keiner darf wissen, dass ich der Mörder bin. Hi, hi. Was? Oh nein, Leute, Oxy, da ist der Mörder. Oh nein, sie geht direkt zu Oxy, Leute. Wir müssen unbedingt sicher gehen. Was macht sie da vorne? Na, los, 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 wir laufen nochmal direkt hin. Mal schauen, ob sie wirklich der Mörder ist, Leute. Mal schauen und... Hä, was? Sie geht da einfach zu Oxy. Oh man, Freunde, ich frage mich echt, was sie dort drinnen macht mit Oxy. Oh nein, sie kommt wieder, sie kommt wieder. Hi, hi, hi. Und keiner wird jemals rausfinden, dass ich Oxy besiegt habe. Haha. Oh nein, Leute, ich muss mich schnell verstecken. Alter, was macht sie denn dort mit? Oh nein, ich muss ganz schön einmal schauen, ist sie wirklich der Mörder oder wie? Oh nein, Oxy liegt am Boden. Oh nein, das kann es doch echt nicht sein, Leute. Oxy, nass der Mörder. Okay, ich würde sagen, Leute, sie kommt da vorne, ich muss mich auch schnell einmal auf den Boden legen. Na, los, ich bleibe hier einfach erst mal auf dem Boden liegen. Hehe, ich habe jetzt auch schon Billy ins Grab geschickt und Billy getötet. Mal schauen, wo Oxy ist. Hey, Oxy, Bububär. Warte mal, Oxy, bist du da vorne etwa? Hä, habe ich dich etwa schon gekillt? Na, los, Leute, alle, kann es klar sein. Ich hole schnell meine Sheriff-Waffe einmal raus auf den nächsten Slot. Hm, warte mal, ich habe alle gekillt. Aber wieso endet das Spiel bitte nicht? Ich meine, ich bin doch jetzt die Gewinnerin. Hier, ich schaue doch mal. Oxy liegt doch auch am Boden. Das macht echt keinen Sinn. Hm. Okay, Leute, und ich würde sagen, schnell Waffe raus auf die Zielen und bam, bam, bam. Let's go, wir haben sie. Let's go, wir haben gewonnen. Wow, und wir sind wieder am Anfang gespawnt. Oh Mann, hey, Oxina, wir wussten, dass du der Mörder bist. Wir haben dich alle besiegt. Was sollte das, Oxina? Wir haben trotzdem gewonnen. Hm, hey, was sollte das bitte? Hey, hey, das macht gar keinen Sinn. Wer von euch war überhaupt der Sheriff? Ich habe irgendwie alle getötet, aber trotzdem wurde ich einfach dran gekriegt. Das kann es doch echt nicht sein. Oh Mann, ich bin so stutzig. Ha, 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 Oxi, hast du voll gut gemacht. Äh, ich glaube, Oxi war der Sheriff oder nicht. Du warst ja der Letzte, der noch am Leben war, ne, Oxi? He, he, he. Oh ja, ganz genau, Leute. Ich war der Sheriff. Ha, ha, ich habe einfach Oxi da besiegt. Hm, oh Mann, das kann es doch echt nicht sein. Hey, Oxi, das ist aber voll unfair. Ich meine, du lagst bei mir schon auf dem Boden. Du warst bei mir schon tot und trotzdem hast du mich irgendwie besiegt. Ja, Oxi, das war halt ein kleiner Trick von mir. Okay, Leute, ich würde sagen, teilt euch direkt auf. Das nächste Spiel beginnt gleich und ich bin mal gespannt, was ich bin, Leute. Oh, Leute. Und das nächste Spiel hat direkt begonnen. Wir schauen mal direkt in unser Inventar rein. Und, oh, okay, Leute. Wir haben nur ein Blatt Papier und da steht unschuldig drauf. Das heißt, wir sind einfach jetzt in dieser Runde unschuldig. Okay, Leute, wir müssen uns einfach direkt am Anfang der Runde direkt irgendwo hier tot hinstellen, damit keiner checkt, dass wir wirklich unschuldig sind, Leute. Und so wird der Mörder direkt probieren, zu uns zu kommen. Aber er wird sehen, dass er uns schon getötet hat. Und dann können wir einfach rausfinden, wer der Sheriff ist, Leute. Und dann können wir den Mörder abknallen. Oh ja, das ist unser Ziel. Okay, Leute, ich würde sagen, hier vorne ist eine relativ gute Position. Ich leg mich einfach hier in den Gang direkt tot hin. So, und? Okay, Leute, ich würde sagen, lasst alle noch mal einen Like da, damit es noch viel, viel realistischer aussieht. Checkt das jetzt mal ab. Na, los, auf drei Like und abonnieren. Eins, zwei, drei, liken und... Wow! Alter, Leute, wir können uns einfach zusammenfallen lassen. Das sieht jetzt komplett realistisch aus. Alter, niemand wird checken, dass wir wirklich noch am Leben sind. Wie cool ist das, bitte? La, 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 la. Okay, Leute, mal schauen, wer diesmal der Mörder ist. Ich bin echt mal voll gespacht. Warte mal, was? Oh nein, das kann es doch nicht sein. Schau mal, siehst du das gerade, Billy? Das ist doch nicht gut, oder? Äh, warte mal, you, Oxina, warum liegt er da bitte am Boden? Du warst hier als erstes drin, oder nicht? Hast du ihn etwa gekillt, hm? Oh Mann, Leute, das kann es doch echt nicht sein. Die denkt einfach, er denkt einfach, dass Oxina mich gekillt hat. Aber was? Oxina hat die Waffe. Das bedeutet doch, dass sie der Sheriff ist, oder nicht? Äh, 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 Billy, du warst hier bestimmt schon vor mir drinnen. Hör mal zu, Billy. Ich hab das Gefühl, dass du der Mörder bist. Du hast bestimmt Oxi einfach gekillt. Was sollte das? Warte mal, ich der Mörder? Hey, ganz ruhig. Du musst mal ein bisschen logisch denken. Wer ist noch nicht hier? Ich mein, Ussi ist doch noch nicht mal hier, oder? Wir müssen mal Ussi erst mal finden. Na los, komm, lass uns Ussi suchen. Oh Mann, Leute, das ist gerade voll spannend. Oh ja, was ein wunderschöner Tag. Da vorne kommt ja schon direkt Ussi. Oh Mann, Leute, mal schauen, wie er reagiert. Warte mal, Oxi, Ossi ist am Boden, oh nein. Oh Mann, Freunde. Äh, warte mal, warum lacht er denn bitte so diabolisch? Hä? Oh nein, Leute, ich hab echt ein bisschen Angst. Oh Mann, Oxi, was ist bitte schön mit Oxi passiert? Hm, Ussi, ich weiß es auch nicht, aber ich mein, du bist erst als letztes in den Raum gekommen. Das heißt, du kannst das gar nicht gewesen sein. Ich glaube irgendwie, dass Billy der Mörder ist. Kann das sein, hm? Ich glaube auch, weil er war als erstes hier drin. Ich hab's durch den Kameras gesehen. Oh Mann, Leute, Billy wird einfach beschuldigt. Was denkt ihr, Schildkröten-Gang? Schreibt's mal in die Kommentare rein. Denkt ihr, Ussi ist der Mörder? Denkt ihr, dass Oxina der Mörder ist? Oder denkt ihr, dass Billy der Mörder ist? Oh Mann, hey Leute, ich bin nicht der Mörder. Wirklich, ich warte nicht, ich laufe erst mal weg. Warte mal, was Leute, Billy ist einfach weggelaufen. Was sollte das denn bitte? Okay, Leute, mal schauen, was da vorne direkt geschildert. Hä, warte mal, habt ihr es gerade gesehen? Ussi hatte gerade ein Messer in der Hand. Okay, spulen wir alle ganz kurz zurück. Oh nein, ich hoffe nicht das, was ich denke. Na los, na los, Leute, ich gehe nochmal ganz schnell hin. Und? Keiner wird wissen, dass ich das jemals getan habe. Und jetzt muss ich nur noch Billy finden. Wow, nein, Schildkröten-Gang, habt ihr das gerade gesehen? Das kann es doch echt nicht sein, Leute, er hat einfach Orxina besiegt. Aber wartet mal, Orxina hat ihre Sheriff-Waffe fallen lassen. Das kann ich mir zum Nutzen machen. Vielen Dank, Orxina. Damit kann ich bestimmt, damit kann ich bestimmt Ussi besiegen. Oh ja. Ich muss jetzt Billy finden. Oh Mann, Leute, da vorne läuft Ussi. Wir sind uns sicher erst der Mörder. Na los, müssen wir ganz schnell Billy beschützen. Oh nein, er darf ja nicht den armen Billy finden, Leute. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wartet mal, Billy versteckt sich da bestimmt irgendwo, oder? Billy, wo ist er? Billy, wo ist er? Was immer? Billy, da unten bist du ja am Verstecken. Ah, Orxie, ich habe so Angst. Ich habe gerade schon gehört. Irgendwie wurde schon ein Orxina ins Grab geschickt, die arme Orxina, dein Fanmädchen, du weißt schon. Äh, warte mal, was ist das so laut? Oh Mann, sei ganz leise, Billy, der darf uns ja nicht finden. Hör mal zu, Ussi ist auf jeden Fall der Mörder, aber keine Sorge, ich habe die Waffe gefunden. Schau mal. Warte mal, Orxie, du hast die Waffe gefunden? Du lagst doch schon tot am Boden. Ich dachte, der Mörder hat dich schon bekommen. Das kann es doch nicht sein. Oh nein, Billy, es war nur ein kleiner Trick von mir. Okay, Ussi ist hier gerade irgendwo lang gelaufen. Ussi ist nicht über uns. Bleib hier einfach, Billy, ich werde ihn besiegen. Okay, komm mit, Billy, komm mit, komm mit, komm mit. Okay, ich würde sagen, du musst ihn irgendwie ablecken und ich hänge dann von hinten ab. Alles klar, Billy? Ja, okay, machen wir so, Orxie, ich werde es schon hinbekommen. Hey, Ussi, ich bin der letzte Überlebende. Na, du, tschst mich schon. Billy, was? Hey, Ussi, nimm die Hände hoch, mein lieber Scholle. Das war es mit dir. Warte mal, warte mal, du bist gar nicht. Boom, da habe ich dich besiegt. Let's go. Wir haben wieder die Runde gewonnen. Boom, schon wieder Runde gewonnen. Jawohl, wir sind wieder hier am Anfang gespawnt. Alter, habt ihr das gerade gesehen? Billy, ich habe dich sowas von gerecht. Ussi, das war es mit dir. Deine Schreckensherrschaft hatte wohl ein Ende. Warte mal, wo bin ich bitte schön her? Aber du warst doch noch am Dead am Boden. Oh, meine Orx, ich habe keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber wir haben, äh, Ussi sowas von drangekriegt. Haha, wir sind die Besten, Alter. Oh ja, Leute, ganz genau. Und Orxina, ich habe dich natürlich auch gerecht. Oh yeah, Leute. Hoch die Hände, Wochenende. Let's go. Oh man. Hey, Orx, oh man, ich weiß echt nicht, wie du das gemacht hast, aber wenn wir fertig sind, willst du mich dann bitte heiraten? Hm? Äh, dich heiraten? Ja, gut. Okay, Leute, ich würde sagen, alle verteilen sich wieder, denn die nächste Runde beginnt und ich bin echt mal gespannt, was wir jetzt sind. Leute, ich habe eine gute Idee, schreiben mal alle jetzt ein Schildkröten-Emoji in die Kommentare, vielleicht sind ja dann wir der Mörder. Dann los, Leute, alle Schildkröten-Emoji in die Kommentare. Boom, und die nächste Runde hat direkt begonnen. Wir schauen mal in unseren Winter und Leute, es hat funktioniert. Vielen, vielen Dank. Wir sind jetzt einfach der Mörder. Hahaha. Und das bedeutet, wir können uns wieder am Anfang der Runde direkt totstellen, Leute, aber sind in Wahrheit der Mörder und können dann einfach hinterrücks rausfinden, wer der Sheriff ist. So werden wir das auf jeden Fall machen. So, davor sind schon unsere ganzen Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal hier in den Raum rein. Oh, hey Leute, wisst ihr eigentlich schon, wer der Mörder ist? Habt ihr schon gefunden? Ähm, nein, Oxina, bist du vielleicht der Mörder? Nein, Ussi, ich bin noch nicht der Mörder. Ich bin unschuldig. Ich sag's doch schon die ganze Zeit. Aber warum verfolgst du mich denn bitte schön? Ganz genau, Oxina, warum verfolgst du bitte Ussi? Naja, Ussi, ich bin mir sicher, dass du nicht der Mörder bist. Deswegen bleibe ich bei dir, okay, die ganze Runde lang. Warte mal, was, aber das ist mir ein bisschen zu sass, weil du kannst der Mörder sein. das ist nicht so schlimm, weil wenn dir irgendwas passiert, dann weiß ich, dass sie der Mörder ist. Okay, Ussi, wir werden es schon schaffen. Alles klar? Oh, ja, das machen wir so. Okay, Leute, dann bis gleich. Wir treffen uns gleich. So, Leute, mal schauen, wo der gute alte Billy ist. Ich muss rausfinden, wer der Sheriff ist unbedingt. Und, warte mal, hier in dem Raum lag ich vor hinten. Ich hab eine Idee, Leute. Ich lege mich da vorne nach ganz oben einfach. Genau, genau. Hier nach oben lege ich mich, Leute, das ist eine richtig gute Idee. So, bab, 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 einmal schnell hier vorne hoch, Leute. Und ich würde sagen, hä? Bab, so, Leute, direkt einmal hier hinlegen. So, okay, und, warte mal, da vorne ist Billy, Leute, hat er mich etwa, die er seit beobachtet und weiß, dass ich mich hier hingelegt habe? Hm, irgendetwas ist komisch an Ussi. Er ist da ganz einfach hochgelaufen, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ich muss mal die anderen finden. Oh, oh nein, Leute, Billy schöpft wohl einen Verdacht. Das wird richtig spannend. Schaut das ganze Video bis zum Ende an. Ich würde sagen, wir bleiben hier erstmal oben. Wir müssen erstmal ein bisschen abwarten und schauen, was passiert, Leute. Wir legen uns hier einfach erstmal tot hin. Ich glaube, der Verdacht wird sowieso auf Billy fallen. Na los, Leute, lass mal hier lang gehen. Ich glaube, hier vorne muss irgendwo Orsi sein. Ich habe ihn jetzt schon auch eine längere Zeit nicht mehr gesehen. Wo könnte er nur sein, Leute, wirklich? Leute, ich weiß es. Orsi liegt da oben. Schau mal, warte, ich gehe mal kurz nach oben zu ihm. Ich glaube, der liegt hier oben irgendwie. Ey, Orsi, mein Bestes, alles gut bei dir? darf ich schlafen? Oh, oh, Mann, Leute, was soll das bitte? Er ist einfach ganz vor meinen Augen auseinander gefallen. Wie geht das? Oh, Mann, Schildkrötengäng, ich muss hier einfach ganz ruhig liegen bleiben. Na los, na los, Na los. bist du am schlafen, oder? Leute, ich weiß es echt nicht, wer der Mörder ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Billy der Mörder sein könnte. Schnell, Osi, wir rennen hier weg, los. Warte mal, was? Die wollen wegrennen, Schaut euch doch mal meine Waffe an, bitte, ihr könnt doch nicht einfach von mir wegrennen, wirklich. Okay, Leute, ich weiß, dass Billy der Sheriff ist, das bedeutet Action 3, 2, 1, und Oh, Mann, nimm das, nimm das, nimm das. Komm her, Billy, das war es mit dir, du hast keinen Aim, bap, 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 und zack, ich habe dich, boom, das war es mit dir, Leute, wir haben einfach Billy besiegt, und da ist direkt seine Sheriff-Waffe, okay. Ich würde sagen, Leute, damit die auch ja keiner findet, wir buddeln die einfach mal ein, dip, dirip, dirip, so, zack, 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 schön einmal einbuddeln, Leute, bap, 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 und weg mit der Sheriff-Waffe, ciao, ciao, Billy, tut mir echt leid. Okay, Leute, ich habe Billy schon mal besiegt, jetzt müssen wir nur noch Ussi und Orxina finden, haha. So, na los, Leute, ich muss nur noch die ganzen anderen finden. Hey, Leute, wo seid ihr bitte? Warte mal, da vorne ist Orxina, schnell die Waffe weg. Oh, hey Orxina, alles gut bei dir? Ähm, hey Orxina, geht es dir auch wirklich gut? Wir haben irgendwie Schüsse gefunden und Ussi muss irgendwie auf die Toilette, der ist ja die ganze Zeit drin. Oh, äh, ja, klar, mir geht es voll gut, Orxina, warte mal, du meinst, Ussi ist da drin, ich schaue einfach mal nach, bleib du einfach draußen, das ist ja die Jungstoilette, ne? Mhm, ganz genau, das denke ich auch. Okay, bis gleich, Orxina, Baby-Bubu. Äh, ja, bis gleich, Orxina, mein Fanmädchen. Oh Mann, Leute, mein Plan funktioniert so gut, Ussi ist hier einfach drinne und niemand wird jemals an die Scherriff-Waffe kommen. Na los, Ussi, bist du hier drinne? Hm? Nein, Ussi ist da nicht drinne. Ussi, bist du vielleicht hier drinne? Hm? Nein, hier ist Ussi auch nicht. Bist du hier, Ussi? Da bist du ja, was machst du da? Ähm, warte mal, warum störst du mich bei meinem Geschäft? Äh, warte mal, dein Geschäft? Ussi, was machst du gerade? Liegst du etwa eine Banane oder wie? Oh ja, ganz genau und du kannst mich nicht nebenbei stören. Ach so, na gut, Ussi, ich muss dir aber ein Geheimnis verraten. Dreh dich mal um, Ussi, ich muss in dein Ohr reinflüstern. Und zwar, hey, Ussi, ich habe das Gefühl, dass Oxina der Mörder ist. Boom, nimm das. Zack, 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 zack. Das war es mit dir, Alter. Leute, ich bin einfach ausgeschaltet. Da liegt er jetzt. Okay, schön einmal zumachen. Zack, 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 alle Türen einmal zu und direkt einmal rausgehen zu Oxina. Oh ey, hey Oxina, na, ich habe irgendwie den guten alten Ussi nicht da drin gefunden. Wo könnte er hin sein? Warte mal, was? Oh nein, es könnte sein, dass er der Mörder ist. Schnell, wir müssen zu Billy, der arme Billy. Oh ja, warte mal, was? Nein, nicht zu Billy, da liegt doch die Schenkelwaffe. Nein, Leute, mein Plan geht schief, mein Plan geht schief. Ich muss schnell zu Oxina. Na los, na los, schnell zu Billy. Aber warte mal, hey Oxi, ich habe noch eine Frage. Warum bist du eigentlich wieder am Leben? Du lagst doch vorhin noch tot am Boden, oder nicht? Ähm, oh ja, Leute, ich glaube, es bringt nichts mehr. Hey Oxina, ich bin der Mörder, komm her. Na los, na los, na los, na los, na los. Ich werde dich kriegen, Oxina, bleib schon stehen. Boom, das war es mit dir. Zack, ich habe ihn besiegt als Mörder. Wow, Leute, und die Runde ist direkt beendet. Ihr habt es gesehen, ich habe euch alle besiegt. Let's go. Ich war einfach der beste Mörder. Das ist doch voll unfair. Oh Mann, hey Oxi, keine Ahnung, wie du das gemacht hast, aber du warst voll ein guter Mörder, weißt du was, Oxi, ich habe das Gefühl, dass du dich die ganze Zeit am Anfang totstellst, um uns zu reinzulegen. Können das sein, hm? Das niemals tun, oder Schildkröten Gang? Nö, nö, das war ich nicht, ganz bestimmt nicht. Na gut, Oxi, wenn du das nicht machst, dann ist ja schön. Ich würde sagen, Leute, die nächste Runde beginnt. Halt euch schon auf, los. Oh ja, ganz genau, Leute, die nächste Runde beginnt und ich bin mal gespannt, was ich jetzt diesmal bin in der Runde. Und warte, Leute, wir sind diesmal, warte mal, wir sind diesmal auf der Toilette gespawnt, wo wir vorhin einfach Usi gekillt haben, Leute. Und schaut euch das mal, hier vorne ist ein geheimer Raum, das ist mir vorhin schon irgendwie aufgefallen. Wie cool ist das bitte? Na gut, Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den geheimen Raum einmal hoch und schauen einfach mal, was wir hier machen können. Und warte mal, was steht da? Keine Ahnung, Leute, aber wir können hier oben erstmal uns verstecken und schauen, was wir sind. Und wir sind einfach unschuldig. Let's go, Leute. Okay, wir sind diesmal komplett unschuldig. Das bedeutet, wir sind nicht der Mörder. Und wir müssen uns hier irgendwo direkt einmal tot hinlegen. Und warte mal, was? Billy kommt da schon? Ey, warte mal, Billy darf mich ja nicht hier oben finden. Billy darf mich ja nicht hier oben finden. Äh, Leute, lasst mal alle Orks hier suchen. Ich habe das Gefühl, dass er schon wieder der Mörder ist. Komm mit, wir suchen ihn alle, okay? Oh Mann, Leute, die werden mich niemals hier oben finden. Let's go. Okay, jetzt kannst du ja die Tür zu machen. Okay, perfekt, Leute, ich habe eine Idee. Ich werde mich einfach hier auf die Toilette tot hinlegen, Leute. So, wartet, boom. Perfekt, Leute, so gut aus. Ich mache die Tür mal auf, Leute. Und, äh, zack, perfekt. Und so sieht es doch ganz gut aus. Hm, okay, Leute, wir müssen unbedingt Orks hier finden. Äh, warte mal. Oh, nein, das kann es doch nicht sein. Orks hier wurde schon besiegt. Oh Mann, das kann es doch nicht sein. Schau dir das mal an. Orks hier liegt da einfach. Hey, Ossi, du weißt selber, wir beide waren die ganze Zeit beieinander. Nur Orksina ist irgendwie nicht hier, ne? Oh ja, aber das ist mir langsam ein bisschen verdächtig, weil Orks, du weißt, ganze Zeit, jede Runde direkt am Boden. Oh Mann, Leute, ich muss hier einfach liegen bleiben und keinen Mucks machen. Alles, Peppi, einfach erst mal liegen. Bist du der Sheriff? Hm, ich schau mal direkt. Und, äh, nein, ich bin nicht der Sheriff. Hm, das bedeutet doch, dass du der Sheriff sein musst, oder? Oh ja, ganz genau. Schau mal, ich hab die Waffe. Okay, Leute, ich muss hier einfach mal bleiben, mal schauen, was Billy jetzt machen wird. Hm, du bist der Sheriff, dann würde ich sagen, nimm das, Usi. Hahaha, ich bin der Mörder. Boom, das war's mit dir. Hahaha. Was, Alter, Leute, Billy ist einfach der Mörder. Er hat vor meinen Augen Usi ins Grab geschickt. Oh nein, das kann es doch echt nicht sein. Hahaha, und Orx liegt da auch schon. Soll ich noch mal draufhauen? Nee, ich lass ihn da einfach mal schauen, wo Orxina ist. Hahaha. Oh Mann, Leute, das kann es doch echt nicht sein. Okay, ganz schnell aufstehen, Leute, ich muss mir schnell hier einmal die gute Sheriff-Waffe von Usi holen. Bap, 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 perfekt, Leute. Wir müssen noch Billy hinterherlaufen und die besiegen, Leute. Alter, Billy ist einfach der Mörder. So, ich muss ganz leise sein, ich muss ganz leise sein. Ist hier vielleicht da drin irgendwo? Oh Mann, armer Usi, Leute. Okay, ich muss unbedingt Billy finden. Was da vorne ist Billy, Leute? Ich verstecke mich hier einmal ganz schnell. Oh Mann, ich frage mich echt, wo Orxina ist. Orxina, ich werde dich finden. Hier vorne ist sie nicht bestimmt in der anderen Richtung. La 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 la. Orxina, wo bist du nur? Oh nein, Leute, da vorne läuft einfach Billy entlang. Hä? Und da vorne ist auch Orxina, glaube ich, in dem Raum. Oh nein, das kann es doch echt nicht sein. Sie muss echt aufpassen. Das wäre eigentlich meine Schuld. Billy, bitte mit Orxina. Oh nein, wie fies ist das bitte? Jetzt habe ich jeden besiegt. Warte mal, warum endet die Runde nicht? Oh nein, nicht, dass Orxina uns wieder reinlegt. Komm her, Orxina. Oh nein, Billy, das war es mit dir, Billy. Ich werde dich kriegen. Hör mal zu, Billy. Ich habe mich nur totgelegen. Du kannst zwar meine ganzen Freunde einfach besiegen, aber mich nicht. Dann los, dann los, dann los. Ich werde ihn um ihn kriegen. Leute, ich werde ihn um ihn kriegen. Bumm. Nimm das, nimm das, nimm das, nimm das, Billy. Bam. Was eine Runde und ich habe mal wieder als Sheriff Jeden besiegt. Ossi, da konntest du wohl nicht mithalten, ne kleiner Mann. Äh, warte mal, du warst Sheriff, oh man, ich werde ihn dir direkt ins Klappen. Oh man, du hast uns voll gerettet. Vielen Dank, Orxi. Billy, du wirst einfach der Bösewicht. Was sollte das, hm, Billy? Du bist voll fies. Oh ja, ganz genau, Billy. Was sollte das, hm, Billy Pups? Das war echt nicht lieb von dir. Hehehe, Leute, das macht man doch als Mörder. Ich habe alles richtig gemacht. Na gut, Leute, ich würde sagen, auf eine neue Runde. Es geht direkt los. Oh, Leute, und wir sind direkt hier im Flur gespawnt. Da vorne ist Billy. Wir schauen mal und wir sind der Mörder, Leute. Ich würde sagen, wir werden in dieser Runde uns nochmal am Anfang direkt totlegen und dann einfach jeden besiegen. So, ich würde sagen, Leute, als allererstes Billy dran. Ich lege mich einfach mal hier vorne direkt hin und hau rück, Leute. So, zack, einfach mal hier hinlegen und da vorne ist auch Oxina, Leute. Okay, ich warte einfach mal, bis die hier langlaufen und werde ich die besiegen. Let's go. Wow, nein, was ist mit Oxi, Bubu Bär, verpassiert? Schau mal, er liegt da vorne, der arme Oxi. Hey Oxi, geht's dir gut? Schnell da hin, mein Bubu Bär. Ich liebe dich doch. Oh, Mann, das kann so nicht sein. Wurde Oxi jetzt mal direkt geholt von Usi oder wie? Ich glaube irgendwie, dass Usi der Mörder ist, ne? Kann das sein? Oh, Mann, Leute, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich würde sagen, Leute, ich bin der Mörder, nimm das Oxi. Na, bap, 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 zack, 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 let's go, let's go, let's go, let's go. Und bam, ich habe Oxi in der Ecke geholt. Okay, jetzt noch schnell zu Billy. Äh, warte mal, hey Oxi, wo bist du bitte hin? Ich dachte, du bist hinter mir. Okay, bap, einfach mal schnell noch mal hier hinlegen, Leute, um keinen Verdacht zu schöpfen. So, boom, mal schauen, wann Billy kommt. Hey Oxi, hallo, warum liegst du da denn noch? Oxi, hallo, mit dir? Na los, na los, na los, bap, das war's mit dir, ich habe dich, zack, ha ha, jetzt liegst du auch am Boden, ne Billy? Das war's mit dir, mein lieber Schalle. Zack, Alter, das war's mit dir, mein lieber Billy. Zack, Alter Junge, bam, zack, boom, da liegst du, ne Billy? Ha ha ha, okay, Leute, ich muss nur noch Usi finden und dann habe ich die ganze Runde gewonnen. Ich muss nur noch Usi finden. Hey Usi, bist du etwa hier drin? Was mal, Leute, Usi hat die Waffe. Hey Usi, Oh ja, ich glaube, ich weiß, wer der Mörder ist. Oxina lag einfach nur da mit der Waffe. Oh ja, ganz genau, Oxina ist der Mörder. Sag endlich die Wahrheit. Ich muss einfach einmal schön warten, bis er hier langläuft, dann muss er los, dann los und alle den Like da lassen und bap, ich bin der Mörder Usi, boom, das war's mit dir. Boom, Leute, was eine letzte Runde und ich habe schon wieder gewonnen. Oh man, ganz ehrlich, du hast nur geschummelt, deswegen jetzt den Elden. Oh man, Oxi, du bist viel zu gut in dem Spiel, wir wollen nicht mehr mit dir spielen, ganz ehrlich. Warte mal, was, Leute, jetzt beruhigt euch doch mal, ich habe euch halt geprankt, ich habe euch die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit meinen Tod gefaked, oh yeah. Warte mal, Oxi, du hast einen Plan bekommen, genauso wie in Roblox, du bist voll gut, Oxi, wirklich. Oh ja, Leute, damit will ich sagen, Schildkrönen Gang, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da, ganz genau, Leute, schaut unbedingt auf meinem Roblox-Kanal vorbei, denn da schon wir auch auf dem Mordmysterium und ja, ich würde sagen, drückt unbedingt aufs nächste Minecraft-Video drauf. Drei, zwei, eins, drückt drauf, let's go, ab aufs nächste Video, tschüss, Leute, ich liebe euch, abonniert. Let's go. Wow, Oxi, stand.